Ich finde es eine super Idee, dass ein Kameramann ein Spion ist, weil ich ja mit allen Beteiligten sehr viel Kontakt hatte und ich habe sehr viel beobachtet und ich habe auch sehr viel mitbekommen, weil ich mich ja auch sehr mit den Leuten ausgetauscht habe und ich war auch eine der wenigen Personen, die wirklich konsequent mit allen Leuten auf dieser gesamten Tour Kontakt hatte. Ich habe mal eine Einwilligung gegeben, weil man ja sonst auch nie die Chance oder die Möglichkeit hat, in so einem Roman mitzuwirken. Ich finde es super, dass Britta mich zu ihrer Hauptperson gemacht hat, weil ich es sehr interessant finde, wie ich auf andere Leute wirke und es ist super spannend, das dann auch einfach im Buch zu lesen. Auf Wiedersehen. Ja, ich habee irgendwie gehört.